meine damen und herren herzlich willkommen zu einer zu der ersten folge rainbow six each so gehen wir direkt mal in der runde rein das geht doch mal schon mal schnell ne ich hoffe ihr seid gut aufgestanden weil ich bin es nicht sagen wir es so ich war noch am schlafen heute morgen dann hat es geklingelt zunächst einmal ganz normal und dann hat es plötzlich sturm geklingelt also nur noch am klingeln und dann bin ich mal aufgestanden und zur tür gegangen und ja da stand dann der hausmeister vor der tür und der meinte nur so kommt schnell runter räum dein keller aus es steht alles unter wasser das ganze keller steht unter wasser und ich kann euch sagen das ist nicht gerade das was man morgen früh hören will ich durfte den ganzen keller was machen wir den ganzen keller ausräumen weil alles unter wasser stand und ja hat wohl anscheinend einen hoher bruch gegeben ich fand es jetzt nicht so geil aber so würde ich sagen ich hoffe dass ich heute nicht ganz so schlecht spiele weil ich habe schon lange nicht mehr ähm rainbow gezockt so komm mach schon so eine granate das ist gar nicht mehr so dumm gewesen so komm geh rein Okay. Oh, wo ist der letzte? So haben wir ihn gefunden. Super! Grund 1 haben wir gewonnen. Das war auch noch ein schöner Kill dazu. Ähm, was nehmen wir? Ja, komm. Nehmen wir mal die, heute mal. Oh, da hat er gerade. Ja, so. Geh mal rein. Ah, an dem liegt es. Geil. Ist das ein Bug oder ist das mit Absicht? Naja, was solls? Hm. Hm. Oh, schütze. Oh, schütze. Störser wird aktiviert. So, setzen wir hier noch eine Kamera. Dann würde ich gerne hier noch rausrennen. Oh. Es bleiben noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Setzen wir hier noch eine Verstärkung. und. Und. Wo können wir noch? Wo sollen wir noch? Ja. Ja. Einfach jetzt nicht durch das Fenster erschossen werden. Das ist ganz doof. Das ist ganz doof. Wie geht das nochmal? Warte mal. Äh. 5. Da draußen ist einer. Genau. Da draußen ist einer. Genau. Scheiße. Nein. Ich habe eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst was zu tun ist. Ups. Ach lol. Den habe ich gar nicht gesehen. Das war jetzt irgendwie. Ein bisschen doof. Achtung. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ja. Toll. Überraschung. 2. 4. 5. 4. 6. 9. Schubert. Nein! Er hat mich blind gemacht! Nein! Naja... Kommt schon! Dann bekomme ich ihn aber noch, oder? Oh, das war doof! Du bist doch doof! Der ist doch doof! Warum schiesst du denn nicht mit dem Ding? Ja, nice! So läufts eigentlich ganz nice! Oh! So, wenn wir diese Runde gewinnen, dann haben wir gewonnen! Macht irgendwie Sinn! Egal! Was soll's! So! Ach, kommt schon Leute! Mach mal ein bisschen schneller hier! Naja, was soll's! Oh! Sag mal! Ach! Ich dachte, es sind nur noch zu zweit die Gegner! Aber, es sind noch ein paar mehr! Oh! Oh! Na gut! Come on! Mach mal ein bisschen schneller! 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 Ja! Nichts, was ich schon weiss! Was ich noch nicht weiss! Oh! Da ist einer! Ah ja! Ah ja! Achtung! Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert! Zehn Sekunden bis zum Einsatz! Fünf Sekunden! Nein! Nein! Ach, Menno! Warum hat denn der mich gesehen? Äh! Was ist los denn? Was ist denn los? So! Jetzt aber! Boah! Junge! Boah! Junge! Boah! Wo ist denn los? Scheiße! Nur noch 28 KP! Da kann sich jemand oben! Und hinten! Ja! Ja! Von hinten Kommt schon Ich kümmere mich um dich, alles wird gut Ach, danke Ach, geht doch Wie, das war's schon? Weil es ein bisschen... Äh, zwar geht Naja So Dann würde ich sagen Ich glaube, das sind wir schon am Ende Mal schauen, wieviel das wir bekommen haben Hab ich überhaupt einen Kill gemacht? Ja, einer Einen Assist hab ich auch noch, yay Und einen Tod, nice So Ja, das ist doch recht da So Meine Damen und Herren Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen Ähm, fürs Zusehen und Falls es euch gefallen hat Lasst doch gerne ein Like da Abonniert den Channel Und, ja Ja Reicht's für den neuen Operator? Ui, nein Nein Dann halt nicht Gut Das ist auch Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal